ok jetzt immer unterwegs zum happy beach ich bin mal gespannt wie es da aussieht ob wir es auch gleich finden war schon lange ganz lange nicht mehr hier die einfahrt zum graceland und le meridian hier geht es zum le meridian und auch zum happy beach hier ist das schild also sind wir schon richtig da können wir gleich hier abstellen und ja küche ist auf hier sind wir auch gleich begrüßt woche ja ganz lieber na ja genau erst mal küssen sehr schöne bar mach ich hab also der hund heißt ob die der weiße sei es zu viel wie viel glück suchen wir uns mal ein plätzchen ach da liegt ein schwein auch nicht schlecht schwein am strand wir haben name mit schönen ja gibt es noch junge schweinchen sehr witzig scheint 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 aber die mutter sau zu sein oder hat sie ja hat sie paar junge noch dabei da bleibe ich ein bisschen weg langsam hinlaufen meint die name sind drei wochen alt klein ich glaube das ist ein gutes schweine leben mein namen mein namen Mamoangpan. 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 Sapalotpan. Das ist Sapalotpan. Sapalotpan ist dann ein Ananas-Shake. Ich gehe mal vor an den Strand. Und da liegt hier der Jogdi. Jogdi. Ja, ein schöner Platz. Hier sind Liegen am Strand. Und hier nebenan das Le Meridian. Und da unten ist Bangsack Beach. Hier sind auch ein paar Liegen. Ein bisschen nach hinten gerückt. Hier das Schild Happy Beach. Ein Stückchen weiter nach hinten gibt es noch eine Bar. Auch sehr schön. Wie soll es anders sein? Eine Schaukel. Und die Britta hat sie schon in Beschlag genommen. Ohne Hängematte. Und für mich bleibt das harte Bänkchen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Jogdi. Der hat ein gutes Leben. Ja. Ein sehr angenehmer Wind. Ja, ein sehr angenehmer Wind. Die Dorn werden wir nachher wecken müssen. Ja, das Wedeln mit dem Schwanz freut sich bestimmt. Ja. Ob das so ist wie bei der Hunde, weiß ich nicht. Ja. Aber schön. Interessant. Witzig ist ja auch, man könnte ja meinen, mit den Schweinen hier, ja das riecht. Ich muss sagen, riecht gar nichts. Das ist alles okay. Dahinter liegt auch noch eins. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon 1, 2, 3, 4 mal gefilmt habe oder wie viele es insgesamt sind. Hier hinten sind sie fleißig. Gibt es ein neues Häuschen. Echt schön solche Häuschen. Ja, ja. Ja. Schönes Schwein. Guck mal. Oh. Kommst du jetzt doch her? Ja. Ja. Machst aber nichts, oder? Ein friedliches Schwein. Ja, cool. Ja, genau. Leg die ein bisschen hin. Ja, wir fahren dann wieder heim. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Abo da lassen. Daumen rauf. Und vielleicht was in die Kommentare schreiben. Okay. Ich wünsche euch was. Gute Zeit. Passt auf euch auf. Ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich. Wir sind das ein bisschen beschäftigt. Wir sind die Pfeil. Weißen Pfeil. Wir sind die Pfeil. Wir sind die Pfeil. Untertitelung des ZDF, 2020